Hallo und herzlich willkommen zu Landwirtschaft Simulator 2013. Ich wollte euch heute eine Map zeigen. Die Map heißt Am Flussufer 2013 und ist die V1.1, die Version, die ich hier habe. Ich habe jetzt dieses Bild hier gewählt, weil ich finde, dass man eine ganz schöne Übersicht über die Map bekommen kann. Ich zeige euch mal die PDA, dann seht ihr auch schon, sage ich mal, das Markanteste an der Map. Das sind halt diese relativ großen Felder in Verbindung mit, ja, hier kann man durchfahren. Gleich werden wir auch ein ATV kaufen. Ich habe extra ein bisschen Geld gesheetet, damit wir das alles vernünftig testen können. Ich werde jetzt mal hier einmal hinfahren, dann seht ihr, die Felder sind relativ billig, würde ich mal sagen. Und die sind auch sehr groß, also ich glaube so 16 Hektar teilweise. Also schon ein Stück größer als Feld Nummer 40 auf der Standard-Map. Wobei ich auch nicht genau weiß, ob die Angaben hier immer so vertrauenswürdig sind, ob die so stimmen. Damit habe ich keine Erfahrung. Ich habe teilweise nur schon Mod-Maps gesehen, auf der das auf keinen Fall passen kann, diese Angaben. Auf jeden Fall, was ich gut finde, dass man die Felder kaufen kann. Das habe ich ja bei der anderen Map noch nicht gesehen. Was ich aber auf jeden Fall, ach, das mache ich mal als erstes, weil wir ja nicht Escape zeigen, sondern P. In ihrem Besitz am Start hat man einen Börer, den Hürlimann, den man schon so hatte, den Pöttinger, den 2-Meter-Mais-Ernter. Ja, damit kann man dann Silage machen. Den kleinsten Deutsch-Drescher, also den kleinsten von diesen neueren Maschinen, dazu das passende Schneidewerk, einen Kröger, Acro-Liner, Amazone, Grober, einen Flug, eine kleine Sämaschine, den kleinsten Düngerstreuer und das kleine Frontgewicht. Also eigentlich alles, was man braucht, ich finde auch das Start-Equip kann man lassen, wenn man jetzt so schon anfangen möchte. Ich persönlich würde ja lieber den Hürlimann oder sowas weglassen, weil ich einfach gerne mehr oder weniger bei Null anfangen möchte. Was übrigens schon mal sehr positiv ist, ich werde hier mal aussteigen, dann kann ich euch das Gras zeigen, das finde ich richtig schön mit den bunten Farben. Und dann hier auch die Sonne, da hinten ist der Hof, den sieht man da schon schön am Horizont. Und hier sind auch Wiesen, wie man auf den Karten sieht, überall wo grün ist auf der PDA-Karte. Da ist halt eine schöne Wiese, da kann man dann mähen und sowas. Oder da steht halt ein Gebäude. Wo haben wir denn hier? Hier haben wir fast 14 Hektar, 13,5 und bezahlen dafür nur 160.000. Also ich weiß nicht, ich glaube auf der Original-Map würde das doppelte bis dreifache kosten. Also hier sind die Felder schon sehr günstig. Ich spiele hier übrigens gerade auf leicht. Und das erstmal zu den Feldern, also ich finde es relativ fair. Also man hat hier zwei, ja eigentlich hätte ein Feld hier gereicht. Ich fahre jetzt mal einmal hoch, beziehungsweise, ach das machen wir später, da hinten zum Hof runter. Dann zeige ich euch den Hof. Guckt nochmal, was für Läden hier sind. Und die Map wurde mir übrigens empfohlen und da habe ich mir gedacht, probierst du die doch gleich mal aus. Die habe ich mir dann vorhin runtergeladen. Heute ist übrigens Montag, der 15.4. Ab und zu mache ich das ja auch mal auf Vorrat. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video schon heute oder morgen freischalte oder erst in einer Woche. Je nachdem, wie es so bei mir zeitlich aussieht. Auf jeden Fall, ich finde den Hof sehr schön. Gerade auch wegen den viereckigen Feldern und wegen der Größe der Felder empfinde ich, das ist eine Map für extrem große Maschinen. Also hier kann man gerne mit Vollerntern arbeiten. Und man kann hier doch schon ein bisschen XXL mit mehreren Dreschern. Das lohnt sich hier doch schon bei den großen Feldern. Ihr seht das ja auf der PDA. Wir haben hier also auch ein eigenes Haus. Da hinten sind Silos. Da hinten ist die Melkstation. Hier kann man... Ich fahre da gleich nochmal hin. Keine Sorge. Ich werde jetzt nur einmal da hochfahren zu den Silos. Da vorne kann man aufladen. So, hier ist die Kuhweide. Hier kann man dann auch Gülle und so weiter abladen. Auftanken und alles andere abladen. Dann haben wir hier noch die BGA-Silos, beziehungsweise für die Kühe halt. Zwei Stück, wenn ich das richtig sehe, finde ich gut. Ich würde da oben gerne nochmal hochfahren. Da ist halt nochmal eine Wiese für die Schafe. Da hinten halt... Also die Map ist sehr groß gehalten. Was, ja... Ich finde das für einen Multiplayer ganz cool, dass man sehen kann, was die anderen machen. Weil es gibt ja immer wieder welche Leute, die ein bisschen Quatsch machen im Multiplayer. Und das kann man hier ganz gut überwachen. So, hier hat man halt den Futterdruck für die Schafe. Hier kann man auch die Paletten abholen und so weiter. Sieht man ja die Plattform. Finde ich echt schön. Also, sehr schön gelöst. Boah, ich darf nicht die ganze Zeit hier ein Cockpit rumfahren. Also, ich muss mal in den Cockpit rumfahren, sonst wird das Video ewig groß. Tankstellen haben wir auch mehrere. Während wir jetzt da zu diesem Turm fahren, werde ich jetzt mal einmal in der PDA rum suchen. Wir haben Verkaufsstellen, mehrere. Die Backfactory, also Bäckerei, würde ich mal sagen. Oder Zurückfabrik. Naja, auf jeden Fall eine Verkaufsstelle und noch ein Gartencenter. Dann haben wir noch den Hafen und den LH Nord. Ich denke mal, das wird dann ein Laden sein. Ah, ich muss mal einmal durchblättern wieder. LH Nord. Dann haben wir noch den LH Süd. Und keine großen Nachfragen. Okay, Hexelgut kann man auch verkaufen und Mist und Gülle. Ja, das sehe ich jetzt übrigens zum ersten Mal. Aber ich experimentiere auch nicht ganz so viel mit den Maps. Ich weiß nicht, da hinten ist so ein Symbol. Ich weiß nicht, ich glaube, man kommt dann auf den Turm drauf. Könnte ich mir vorstellen. Ich werde jetzt mal einsammeln. Beziehungsweise mal gucken. Einsteigen. Oh, ja, man kommt oben auf den Turm drauf. Das ist ja super. Dann kann ich euch von hier oben die wichtigsten Zeichen, die wichtigsten Sachen der Map zeigen. Wenn das geht. Kommt man hier noch höher? Ah, da hinten wieder runter. Auf jeden Fall, die Felder werden hier halt eingezäunt. Hm. Kann man hier nicht irgendwie... ...sterben? Nein. Äh. Mann, die Geländer sind hier so hoch. Das ist ein bisschen blöd. Auf jeden Fall, man sieht ja einfach diese Größe in der Mitte, diesen Fluss. Auf der anderen Hälfte sind auch noch ein paar kleinere Felder. Den Hof haben wir schon gesehen. Dann werde ich, denke ich, jetzt mal... So, hier runter. Man kann ja in diesem Spiel nicht sterben. Oh, das sieht cool aus, dass sie die Räder eingeschlagen hat. Ähm, liegt wohl daran, dass ich die eingeschlagen hatte, als ich ausgestiegen bin. Boah, das ist aber echt eine sehr schöne Map. Also, ich finde sie so echt ordentlich. Ich wollte jetzt mal hier Mods... Wollte ich mir mal so ein ATV schnappen. Hier sieht man halt... Stehen wir wieder am Hof, wo wir vorhin rumgecruist sind. Wenn wir jetzt nochmal hier sind, dann nutze ich das gleich auf, um euch da hinten die Silos zu zeigen. Die Silos sind halt in diesem Gebäude da. Ihr seht hier an der Seite schon die Abfüllanlage. Hierhin wird dann wohl auch der Milchwagen fahren, zu dem Tank. Hier ist die Abfüllanlage und da hinten dann alles natürlich beschriftet, wie man gerade schon im Vorbeigehen gesehen hat. Hier kann man dann entsprechend die Sachen reinkippen. Die, äh... das Erntegut. Ja, das war's eigentlich hier am Hof. Dann würde ich sagen, teppe ich mich mal wieder durch. Börrer. Okay, dann sind wir hier oben. Und wo sind wir jetzt? Ja, okay. Also der Fluss, der sah auch ganz gut aus. Auch grafisch hier, auch mit der Bahnlinie. Die Map sieht echt, ähm... Ja, sehr schick aus und läuft trotzdem sehr, sehr flüssig. Ich nehme hier auf, mit über 100 FPS gerade. Also nicht so wie bei der anderen, wo das teilweise schon so hart an der Grenze war. Das Wasser finde ich auch wunderschön blau, das ist ein schöner Farbton. Das ist wirklich eine schöne Map. So, hier haben wir den Hafen, den finde ich schöner als den Originalhafen. Also den Originalhafen, den finde ich sehr langweilig. Hier haben wir einen Radlader. Naja, den können wir jetzt wohl nicht fahren. Der ist nur Attrappe, mehr oder weniger. Hier ist die Verladestation für den Hafen. Ähm... Da hinten gibt es dann auch noch Felder. Ich weiß nicht genau, ob man mit einem Ampelmod hier die Schienen hoch und runter machen kann. Da habe ich mich nicht erkundigt. Muss ich zugeben. Boah, diese Musik, die macht mich jetzt auch ganz kere. Okay. Ich bin nochmal weggekommen. Sonst müsste ich mir ein ATV nochmal neu holen. So, was haben wir da hinten? Das ist die Gärtnerei. Würde ich sagen. Mal gucken, ob man hier hochfahren kann. Ich denke nicht. Ah, doch. Doch, doch. Das ATV kann alles. Kennt ihr ja. Gerade wenn Shui-Films dabei ist. Schleicht Werbung. Da vorne ist wieder so eine eingezäunte Wiese, wo man dann halt auch Gras schon mähen kann. Also ich finde, die Map ist eher was, wenn man wirklich das Ziel hat. Oder wenn es einen Spaß macht, mit großen Maschinen zu arbeiten. Weil dafür sind die Felder da rechteckig. Da kann auch mal der Helfer fahren. Da kann man mit mehreren Maschinen arbeiten. Und ansonsten, boah, diese Lieder, das ist doch heute nur Hektik. Mann, 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 Hektik in Landwischer Simulator geht ja gar nicht. Hier haben wir halt so ein kleines Dorf mit Kirche oder Kloster vielleicht, sowas in der Richtung. Da vorne haben wir noch eine Abladestelle. Hier ist halt so ein bisschen Industriegebiet. Da hinten noch ein bisschen Wohnecke. schon alles ganz schön. Also insgesamt ist die Map halt eher was, nicht für die Leute, die sich langsam hocharbeiten wollen, sondern für die, die viel haben wollen und denen das Spaß macht, mit viel zu arbeiten. Ich bin ja eher jemand, der lieber zwei, drei Sachen hat. Ja, mehr oder weniger. Also ganz am Anfang wirklich mit nichts anfangen und sich dann richtig schön hocharbeiten. Das ist mehr mein Metier. Hier hinten ist die Molkerei und so weiter, wenn ich das richtig sehe. Hier kann man dann auch noch abladen. Also ein Handel ist hier auch noch. Da steht ja Milchwagen, genau. Molkerei also. Yeah! Geil! Backflip! War doch Backflip, oder? So hießen die Dinger doch. Hier durchs Wohngebiet. Gut, dann wollte ich da hinten nochmal, da gibt es noch eine Verladestelle, aber das war es dann auch schon eigentlich. Weil die Map, die man sieht halt einfach, man hat eine schöne Übersicht dadurch, dass die so flach gehalten ist. Man fährt nicht nur die Straßen ab und denkt sich, jetzt habe ich es aber eigentlich noch nicht wirklich alles mal im Auge gehabt. Oh, hier laufen auch Leute an der Straße entlang, das finde ich schön. Und die Straßen gefallen mir auch. Hier dieses Typische, dass am Ende dann ein Tunnel ist und man da nicht weiterfahren kann, beziehungsweise ins Schwarze Feld. Das haben viele Maps, die ich bis jetzt gesehen habe. So. Ich gucke mal hier. Sieht auch alles ganz in Ordnung aus. Hier kann man, glaube ich, auch noch Gülle wegbringen, schätze ich mal. Okay, hier ist Ende. Dann drehe ich mal um und fahre dann mal. Ich werde jetzt noch eine Sache probieren. Vielleicht. Okay, hier ist Mist und Gras zum Verkaufen, denke ich. Ich möchte mal ausprobieren, ob das Wasser auch wirklich als Wasser gilt. Ich denke schon. Dafür sieht es mir irgendwie... Ja, es ist echtes Wasser. Also, man kann nicht durchfahren. Das finde ich schön. Alles andere wäre ein bisschen unrealistisch. Nicht nur ein bisschen, sondern einfach komplett. So. Gut. Ähm. Nun ja, dann fahren wir jetzt mal wieder zurück Richtung Hof. Das ist ja halt eine Hauptstraße, die hier außen rum geht. Die BGA liegt jetzt da hinten rechts von uns. Das ist jetzt auch eigentlich nicht so weit. Aber das ist auch schön hier mit den Bäumen. Da hinten ist die BGA. Da seht ihr ja die Silos. Ich denke, also diese... Ja, wie heißen die nochmal? Also, wenn man die Silage in diesen Schredder da rein tut. Da diese Hallen, in denen dann daraus Biogas wird. Da sieht man die Dächer von am Horizont. Ich glaube, ich muss euch das jetzt nicht näher zeigen. Ich glaube, da wisst ihr schon selber, wie das aussieht. Gut. Dann können wir eigentlich auch direkt in die Richtung hier fahren. Ich möchte euch die eine Verkaufsstelle da hinten nochmal zeigen. Und dann haben wir es eigentlich geschafft. Wie gesagt, es ist eine Map, die ich auch selber spielen würde. Nur, dass mein Problem halt ist, ich fange gerne bei 0 an und möchte mir das dann aufbauen. Und das aufbauen macht mir dann persönlich mehr Spaß, als irgendwann dann mit den allergrößten Maschinen zu arbeiten. Da habe ich dann irgendwann die Nase voll von. Was ja auch der Grund ist, warum wir nach Part 200 aufhören. Okay. Hier ist dann nochmal ein Landhandel oder sowas. Und mit der Tankstelle, ja, das sieht aus wie der Original-Landhandel. Also nichts Spektakuläres. Aber ich finde das Gras immer schön, ehrlich. Und hier hat man so das Gefühl, man kommt ans offene Meer. Obwohl das wahrscheinlich einfach Map-Ende ist. So, ich probiere hier noch einmal rauszuzoomen. Ich finde echt, es ist eine schöne Map, sehr spielbar. Und gerade wenn man mit mehreren Leuten vielleicht große Ernten machen möchte mit großen Maschinen, wie gesagt. Kleine Maschinen machen mir, denke ich, nicht so wirklich Spaß. Ja, dann ist das genau das Richtige. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.